Ich hoffe, Ihre Frau war nicht übermäßig besorgt. Ich hab nichts gesagt. Aber meine Frau kennt mich gut genug. Die Deutschen haben Truppen an die Grenze verlegt. Rechts! Sie haben ein Recht zu wissen, was los ist. Ja, aber das ist nicht unsere Entscheidung. Alle, Mann, aufgewacht! Wir werden die Ersten sein, die Sie treffen. Irgendwer ist immer der Erste. Erste Gruppe mir nach! Zweite Gruppe auf den Oberleutern fanden! Der Feind hat die Grenze überschritten. Dänemark ist im Krieg. Feuer! Ich beschütze meine Männer so gut ich kann. Aber ich werde sie nicht verstecken, während ein Krieg trugt. Unser Befehl lautet, Lundaufberg zu halten. Panzerwürgen! Sie wissen so gut wie ich, wie es funktioniert. Befehl ist Befehl. Danke fürs Zuschauen! Verratet uns gerne unten in den Kommentaren eure Meinung, wie wir uns in den Kommentaren verraten. Wie fandet ihr das Video, lasst gerne ein Like da und auch ein Abo und vergesst dabei nicht das Glöckchen zu aktivieren.